Willkommen zurück bei Serious Sam. Ja, wir sind auf dem Weg zur Moschee und werden natürlich ohne Umschweife weitergehen. Ups, da steht er einfach so rum. Gibt's ja wohl nicht. So, eine große Straße bedeutet meistens viele Feinde. Ah, nur so zur Sicherheit, falls ich gleich irgendwie... Ich suche mir meistens immer so einen Punkt aus. Ah, hier ist Munition, das ist gut. Oh, und noch mehr Munition. Sehr gut. Die Flint ist zwar extrem langsam, aber hat hohe Durchschlagskraft. Gibt's hier noch irgendwo was? Da kommt irgendwie was. Oh, okay. Das hab ich mir gedacht. Na, bin ich hier sicher. Ah, ich rutsche. Das sieht schlecht aus. Oh, mein Gott, bleibst du schön da. Das ist bängelnd, ja. Das ist es ist jetzt nicht. Oh, weißt du, da war's. Wie ist das? Da sind offenbar noch mehr. Aber ich rühre erst mal kurz meinen Kaffee um. Oh, oder auch nicht. Dann kann ich hier nicht mal mehr zum Kaffee trinken. Dann kann ja wohl nicht wahr sein. Vielleicht jetzt? Moment, Sekunde. Ganz schnell. Ah, da, du. Jetzt was ich hier. Jetzt war ich hier. Jetzt ist es da. Ich bin hier. Jetzt ist es da. Jetzt ist es ein Kaffee. Ich bin hier. Jetzt bin ich hier. Ich bin hier. Na, wo will er denn hin? Hast du einen hässlichen Hintern? So, viel Munition haben wir jetzt nicht mehr. Aber da ist noch was. Und noch ein bisschen mehr. Oh, ein Minigun. Oh, schön. Oh. Ja, der hat mich aber jetzt eiskalt erwischt. So, wie komme ich da dran? Oh nein. Da ist noch Munition. Sehen wir uns doch direkt mal. Vor uns der Skorpion da. Hopp. Habe ich das richtig gesehen? War da... Ah ja, dahinten. Oh, man muss nicht in sein... ...ins Feuer geraten. Ah, ich würde mal sagen, die Flinte ist ja nicht so effektiv auf die Entzahnung. Oh, ich würde mal sagen, die Flinte ist ja nicht so effektiv auf die Entzahnung. Aber dann geht es nicht so effektiv auf die Entzahnung. Oh, das noch mal. Die Flinte ist ja nicht in die Entzahnung. Oh. 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 Na komm, jetzt aber. Na bitte, geht doch. Ja, endlich mal kurz Ruhe hier. Aber wie komme ich da an das Secret? Ach komm, egal. Gleich einmal außen rum gehen. Können wir gleich mal gucken. Aber vielleicht ist hier ja noch irgendwo was. Na, ist hier was? Ist hier was? Da vielleicht? Nein. Hier ist auch nichts. Dann eben nicht. Aber hier. Munition und Rüstung. So. Vielleicht können wir da mit dem Hammer durch. Ja. Strom. Oh, ich hab nicht mehr allzu viel Energie. Hier sollte ich mit Büschen aufpassen. Aber jetzt. Ah, sehr gut. Das ist auch klasse, dass man für Geheimnisse immer direkt bestraft wird. Das finde ich äußerst charmant. Ja. 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 Das war unklug. Das war ein. Das war unklug. 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 Unklug. Das war 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 unklug. Ach ja, ist klar. Ich kriege schon. Ich glaube, ich werde gerade mal die Musik ein bisschen leiser drehen. Kleinen Moment mal bitte. Mal die Musik mal ein bisschen leiser. So. So, wo müssen wir langen? Wo müssen wir langen? Ah, hallo. Oh, dieses Geberschrass. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Mann, Mann, Mann. So, Munition. Er muss doch bald mal... Er muss doch bald mal was auftauchen, wo es weiter geht. Oh, der ist ja. Oh, das ist ja. Go, go. Oh. Okay, das war doof. Ich hatte gedacht, es gibt für den auch eine Narkapf-Attacke. Hätte ich jetzt cool gefunden. Aber nein, der zieht einem dann richtig viel Energie auf einen Schlag ab. War vielleicht nicht die cleverste Idee. Naja, egal. Das wird schon irgendwie klappen. Was haben wir? 14 Energie. Ist hier noch irgendwo was? Da hinten sehe ich noch was. So. Aber es ist Munition. Oh nein. Hule ich mir noch schnell die Rüstung. Da sind wieder die Galoppelschafe. Oh, wie ich die hasse. Die hauen einen unheimlich gut runter. Oh. Das war's. na so bevor wir da reingehen dann wollen wir noch mal gucken hier passiert gleich 100 pro irgendetwas aber wir haben hier munition sehr viel munition das ist gut aber da höre ich doch wieder das geräusch was ich nicht mag so Das war's für heute. Jetzt hab ich die Faxen aber dicke hier. Oh wei. Ja, ich glaube ich verschwinde erstmal so ein bisschen zurück. Nope. Na, jetzt wollen. Na, wo kommt ihr her? Ich weiß da hinten noch wer. Da hinten ist noch wer. Aber keine Sorge, ich komme dich jetzt besuchen. Klar, Moment. Ich bin auf dem Weg. Das ist aber 100% wieder so eine Art Mini-Falle, wenn ich auf den gleich zurenne. Ja, ja, alles gut. Oh ja, das war das, was ich gemeint habe. So, dann laden wir jetzt mal in Ruhe nochmal die Schrottflinte nach. Das sieht man doch jetzt wieder arg nach ner... Ach, ich hör's auch schon. Na, wer kommt? Wer will was? Oh nein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Man sollte nicht rückwärts laufen, ohne zu wissen, was hinter einem ist. Das war so doof. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder und versuchen wirklich diesen Abschnitt nochmal zu machen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es beim nächsten Mal besser läuft. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!